Liebe Studierende, willkommen zur achten Videoübung des Semesters mit dem Thema Automotor. Mit dieser Aufgabe können wir uns mit einem typischen Beispiel einer Wärmekraftmaschine auseinandersetzen. Als erstes sollen wir versuchen, die thermodynamischen Prozesse, wie in der Fragestellung erwähnt und beschrieben sind, grafisch darzustellen. Und üblicherweise eine Wärmekraftmaschine lässt sich grafisch darstellen mit einem sogenannten Phasendiagramm, das heißt ein Diagramm, wo die Abhängigkeit des Drucks zum Volumen dargestellt ist. Und in diesem Phasendiagramm können wir somit den Kreisprozess, aus dem meine Wärmekraftmaschine besteht, zeichnen. Startpunkt des Automotors ist im PV-Diagramm ein Punkt 1, wobei vom Punkt 1 ist alles bekannt. Das heißt, die Zustandsvariable des Punkt 1 hier sind bekannte des Problems, also der Fragestellung. Punkt 1 hat ein Volumen V1 und den Druck P1 und mein Gas als Arbeitsmedium des Automotors ist bei Punkt 1 im thermodynamischen Kontakt mit einem Wärmebad bei der konstanten Temperatur T1. Dann erfolgt eine Kompression, und zwar eine adiabatische Kompression von Punkt 1 zu Punkt 2. Wobei von Punkt 2 kennen wir das Volumen V2 gleich V1 geteilt durch 8. Eine adiabatische Kompression bedeutet, dass keine Wärmemenge, Delta Q, wird tatsächlich mit dem Arbeitsmedium, mit dem Gas ausgetauscht. Das heißt, Delta Q bei einem adiabatischen Prozess ist gleich 0. Von Punkt 2 erreicht man Punkt 3 in diesem Phase-Diagramm bei einem isokoren Prozess. Und isokore Prozesse, als thermodynamische Prozesse, sind Prozesse, wobei das Volumen konstant bleibt. Das heißt, Delta V ist gleich 0. Damit können wir sofort sagen, dass das Volumen bei Punkt 3 identisch sein muss wie das Volumen bei Punkt 2. Wir wissen auch, dass bei Punkt 3 mein Arbeitsmedium wird im thermodynamischen Kontakt mit einem Wärmebad der Temperatur T3 gebracht. Und der Punkt 3 ist somit eine Bekannte des Problems, also der Aufgabe. Dann auf dem Rückweg bei diesem geschlossenen Kreisprozess, man startet von Punkt 3 und erreicht man einen Punkt 4 in diesem Phase-Diagramm schon wieder mit einem adiabatischen Prozess. In anderen Worten, zwischen 3 und 4 erfolgt eine Ausdehnung des Gases, ohne dass eine Wärmemenge Delta Q ausgetauscht wird. Das ist gleich zu sagen, dass Delta Q gleich 0 sein muss. Und dann bei Punkt 4 erreicht man schlussendlich Punkt 1 schon wieder mit einem isochoren Prozess. Das heißt, bei einem Prozess, wo das Volumen konstant bleibt, so Delta V ist auch hier gleich 0. Und somit können wir sofort sagen, dass das Volumen bei Punkt 4 identisch sein muss wie das Volumen bei Punkt 1. Jetzt sollen wir versuchen, die Zustandsvariable bei sämtlichen Punkten in diesem Phase-Diagramm zu bestimmen. Wir sollen eigentlich die Angabe der Aufgabe ergänzen. Bei Punkt 1 kennen wir sämtliche Zustandsvariable. Wir sollen aber diese Menge von Informationen auch für Punkt 2, 3 und 4 erreichen. Dazu brauchen wir die Informationen bezüglich den jeweiligen thermodynamischen Prozessen, aus denen mein Kreisprozess tatsächlich besteht. So beginnen wir mit der Situation bei Punkt 2. Wir haben bereits gesagt, dass Punkt 2 ist erreicht durch eine Kompression des Gases, die adiabatisch erfolgt. So wir wissen, dass bei einem adiabatischen Prozess müssen die Poisson-Gleichung gültig sein. Und ich kann zum Beispiel die Poisson-Gleichung berücksichtigen, die Druck mit Volumen verbindet. Das heißt, ich weiß, dass für adiabatische Prozesse Produkt zwischen Druck und Volumen hochgamma muss bei einem adiabatischen Prozess konstant bleiben. Wobei Gamma das sogenannte adiabatenexponent oder Koeffizient ist und ist definiert als Verhältnis zwischen Cp, Cv, nämlich spezifische Wehren bei konstantem Druck und spezifische Wehren bei konstantem Volumen. Ich kann jetzt diese Gleichung, die gültig sein muss für alle Punkte zwischen 1 und 2, auch so schreiben. Nämlich P2 mal V2 hochgamma muss gleich sein wie P1 mal V1 hochgamma. Und dies ermöglicht mir, diese Gleichung nach P2 zu lösen. Das heißt, P2 ist dann gleich P1 mal V1 über V2 hochgamma. Und wir sehen hier, dass wir kennen sämtliche Zustandsvariable. P1 ist bekannt, V1 sowie V2 sind bekannte Größe. Gamma ist eine Angabe der Aufgabe, so wir können P2 bestimmen. Jetzt, was noch übrig bleibt bei Punkt 2, ist die Bestimmung der Temperatur T2. Aber es gibt auch eine Poisson-Gleichung, die Temperatur mit Volumen verbindet. Das heißt, T2 mal V2 hochgamma minus 1 muss konstant bleiben bei einem adiapatischen Prozess. Wir können somit sofort schreiben, dass T2 mal V2 hochgamma minus 1 muss identisch sein wie T1 mal V1 hochgamma minus 1. Und gelöst nach T2 haben wir dann eine Gleichung für die Bestimmung von T2 als Funktion von bekannte Größe, nämlich T1 als Temperatur bei Punkt 1 mal V1 geteilt durch V2 hochgamma minus 1. Nochmals, beide Volumen sind hier bekannt. T1 ist auch eine bekannte, haben wir somit T2 bestimmt. Und jetzt können wir versuchen, auch die Zustandsvariable, die fehlende Zustandsvariable bei Punkt 3 zu bestimmen. Von Punkt 3 ist schon Volumen bekannt, so wie die Temperatur T3. Was übrig bleibt, ist nur noch der Druck bei Punkt 3. Und wir sollen jetzt versuchen, den Druck zu bestimmen. Und wir können die Aussage benutzen, dass mein Otto-Motor als Arbeitsmedium ad ein Gas, das das ideale Gasgesetz erfüllt. So, dann können wir sicher schreiben, dass bei Punkt 3 P3 mal V3 muss nach dem idealen Gasgesetz gleich Stoffmenge mal die allgemeine Gaskonstante mal T3. Aber etwas Ähnliches können wir auch für Punkt 2 schreiben, nämlich P2 mal V2 muss gleich sein, Stoffmenge. Natürlich, es handelt sich immer um das gleiche Gas, wir haben immer die gleiche Stoffmenge, mal die allgemeine Gaskonstante mal T2. Und jetzt, wenn ich ein Verhältnis von beiden Gleichungen rechnen würde, dann befreie ich mich von Zustandsvariablen Stoffmenge n sowie von der allgemeinen Gaskonstante. Und was übrig bleibt, ist dann eine Gleichung, die mir ermöglicht, die Bestimmung eben von P3. Das heißt, P3 ist dann gleich P2 mal T3 geteilt durch T2. Und beide Temperaturen sind bekannt, T3 ist eine Angabe des Problems, T2 haben wir vorher bestimmt, sowie auch P2 und dann können wir P3 bestimmen. Bevor ich weitergehe, möchte ich vielleicht noch etwas betonen, im Zusammenhang mit dem adiabatischen Prozess zwischen 1 und 2. Bei einem adiabatischen Prozess gibt es keine Wärmemenge Delta Q, die ausgetauscht wird, weil mein Arbeitsmedium ist thermisch isoliert. So, Delta Q ist gleich 0. Aber aufpassen, dies bedeutet nicht, dass die Temperatur konstant bleiben muss. Tatsächlich haben wir gesehen, dass obwohl keine Wärmemenge ausgetauscht wird, die Temperatur verändert sich zwischen T1 und T2, die Temperatur bei Punkt 2. Jetzt können wir auf dem Rückweg auch die Zustandsvariable bei Punkt 4 bestimmen. Und wir können sofort, ähnlich wie zwischen 1 und 2, können wir den Druck bei Punkt 4 bestimmen. Das heisst, auch zwischen 3 und 4 gilt diese Poisson-Gleichung. Und damit haben wir, ähnlich wie im vorherigen Schritt zwischen 1 und 2, haben wir eine Gleichung, die mir ermöglicht, die Bestimmung von P4. Das heisst, ich kann sofort schreiben, dass P4 muss dann gleich sein, P3 mal V3 geteilt durch V4 hoch Gamma. Und wir haben bereits vorher gesagt, dass 4 besitzt das gleiche Volumen wie Punkt 1. So, V4 ist bekannt, V3 ist auch bekannt, P3 haben wir vorher bestimmt. So, wir haben jetzt hier eine Gleichung für P4, für den Druck bei Punkt 4. Es bleibt nur noch die Temperatur T4, das heisst, beim Punkt 4 im Phasendiagramm zu bestimmen. Wir können hier mit dem gleichen Vorgehen wie zwischen Punkt 2 und 3 arbeiten. Das heisst, wir benutzen hier die Tatsache, dass mein Gas als Arbeitsmedium des Otto-Motors das ideale Gasgesetz erfüllen muss. Und wir können zwischen Punkte 4 und 1, oder für beide Punkte 4 und 1, können wir das ideale Gasgesetz schreiben, genauso gleich wie für die Punkte 2 und 3 im vorherigen Schritt. Damals haben wir dann beide Gleichungen geteilt, so wir haben ein Verhältnis berechnet. Dies ermöglicht mir eigentlich, mich von der Zustandsvariable Stoffmenge sowie von der allgemeinen Gaskonstante R zu befreien. Zusätzlich, es handelt sich zwischen 4 und 1, genauso gleich wie zwischen 2 und 3, um einen isochoren Prozess, das heisst, einen Prozess bei konstantem Volumen und auch diese Zustandsvariable hebt sich auf. Somit, was am Ende bleibt, ist eine Formel für die Bestimmung der Temperatur T4 gleich T1 und dies multipliziert P4 geteilt durch P1. Und T1 und P1 haben wir bereits von Anfang an, diese sind die Angabe der Aufgabe, und P4 haben wir vorher bestimmt. Ich möchte hier auch betonen, dass für die Bestimmung von T4 gibt es in dieser Situation einen alternativen Lösungsweg, das heisst, wir können die Tatsache benutzen, dass zwischen Punkt 3 und 4 handelt es sich um eine adiabatische Ausdehnung. Und bei adiabatischen Prozessen gelten die Poisson-Gleichungen spezifisch hier, auch zwischen 3 und 4 gilt diese Poisson-Gleichung, die wir für die Punkte 3 und 4 schreiben können, ganz so ähnlich wie im vorherigen Schritt zwischen Punkt 1 und 2. Wir haben somit sämtliche Zustandsvariable für alle Punkte im Phasendiagramm des Otto-Motors bestimmt und sind wir somit ausgerüstet für die Berechnung des Wirkungsgrades des Otto-Motors, eigentlich die interessanteste Frage der Aufgabe. Dies werden wir aber nach einer kurzen Pause machen. Bis zum nächsten Mal.